Ja, Leute, ich geh jetzt wieder zur Brücke rauf, weil später kommt ja mein Opa wieder, ja, weil ich muss dann halt lernen, wir gehen dann zusammen nach Hause. Wer fährt da? Er fährt ständig so ein Auto und ich kenn das Auto, glaub ich. Also jemand, ein Bekannter oder jemand, den ich kenne, hat so ein Auto. Ich denke immer, dass es derjenige ist oder diejenige, ich will jetzt dazu nichts weiter sagen, ich will keinen Namen erwähnen, aber ich kenne jemand, der hat so ein Auto und ich denke ständig, dass es halt derjenige ist oder diejenige. Aber naja, Talent kommt ja erst, es ist erst 20. Der dauert eh noch ein Stück. Also ein bisschen dauert es ja noch, bis der Talent kommt und ich werde auf der Brücke auf meinen Opa dann warten. Bin gespannt, wenn er kommt, Leute. Ja, bis gleich, wenn ein Talent kommt.